Musik 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 Sind wir live? Eine Minute zu spät, sorry. Ja, Entschuldigung. In meine kleinste technische Herausforderung. Aber jetzt mitmachen. Donnerstagabend. Beste Abend der Hocker. Für mich ist es. Ich hoffe für euch. Eventuell auch. Nach dieses 30 Minuten Programm. Aerobic Express. Das ist der Programm. Ich bin AJ Green. Hier live dabei. Bei euch. Aerobic Express. Kennt schon. Das ist ein Aerobic Programm. 30 Minuten mit klassischer Aerobic Bewegung. Dabei. Ziel sein. Ein Ausdauertraining zu bekommen. Deine Herzkonstrukturen zu trainieren. Ich mache das nicht schwer. Ich probiere es Step-by-Step zu aufbauen. Auch Unterschiede geben. Das heißt, wenn wir sind, ist es mir eine Herausforderung. Und nicht bitte. Ich hoffe, ich kann es dir geben. Aber ich gehe auch in die Person. Es kommt jetzt an. Wie möglich auch mitzumachen. Und auch ein gutes Training zu bekommen. Ach sind Uhr zwei. Ach sind Uhr geht's los. Ich glaube, wir können langsam anfangen. Wer immer hat ein kleines Aufwärmen. Und heute. Every Bein zum Seiten. Einfach die Hüfte schwingen zum Seiten. Und nach Brecken. Genau. Seiten sind sie. Heute machen wir ein bisschen Mid-Section. Grundbereich. Vorbereich. Aufwärmen. Belange Singles zum Seiten. Die Arme schon mit. Aber Singles zum Seiten. Perfekt. Ziel. Nicht Aufwärmen sein. Deine Kurve möchte ich einfach ein bisschen erhöhen. Und auch deine Bums langsam zu steigen. Machen wir Singles Singles Down. Pass auf. Singles Singles Down. Singles Singles Down. Gut. Wir sind jetzt gerade eingestiegen. Wir haben noch die Erdbahn. Wir sind gerade bei unserer Aufwärmen-Teile. Vier noch. Vier. Glocken. Drei. Zwei noch. Glocken. 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 Fangen wir doch noch ein bisschen. Fotos auf. Und noch zwei. Pass auf. Zulubst und Singles. Zulubst und Singles. Hier. Also. Ich mache kindes. So. Schwissbewegungen. Verrückte. Und dann eine gleiches Bewegung. Aufwärme. Auch mit dig mein. Schau doch. Ich leuche hier. Ein leber hier. Die Rex. Links. Stump. Stop. Rex. Links. Push. Push, push, Ranks, Lips, push, push, nice Aufwärmung, vielleicht core, nochmal, start, dagegen, ja, zwei noch, yeah, noch ein paar, nur ein Twist, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, push, push, step, good, noch vier, zwei Tipp zu sein, der Ranks, Lips, alles klar, okay, pass auf, wir gehen ein bisschen nach vorne, die Beine, ganz einfach, aufwärmung, Gesäß, bis wir tun, wenigstens geniehen, so hoch wie möglich, zusammen mit einfach, nach unten, gut, wir suchen hier ein bisschen, look, look, mein Po, Gesäß, ist aufwärmung, gut, aufwärmung, vier noch, drei noch, zwei noch, okay, ohne Arme, ohne Arme, Wir enden die Beine, und wir enden die Beine, und wir enden die Fesse, das Hände, zum Beinen Curve, die Arme, sieben, sieben, sie sind immer noch gleich, einzelne Bewegung, in die Aufwärmung, ja, vier Stunden, noch vier, zwei, nur noch zum Tipp, Tipp, noch mal, okay, und, mein Big Step, dann müssen wir es mit dem Innenbein, und aus, und aus, und wie bei, einfach die Beine, die Seite, ganz leicht, und zurück, sieben, sechs, vier, machen wir es vier Mal, vier Mal, vier, drei, vier Mal, links, vier, drei, die Arme, die Seite, sieben, drei, zwei, sechs, sechs, und, gut, Nimm eine gute Idee, drei Löwen. Kleine Aufrednen. Noch einmal. Single! Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Tipps in Zeiten. Tipp. Head, head. Gödeln. Tipp nach vorne und hinten hoch. Okay! Jetzt brauchen wir die Vorpests leicht. Aufgewählt. Und jetzt proben sie das Training, das müssen wir einplanen, um den Core zu aufbauen. Marschieren und gesteppen, marschieren. Erste Schritte, was ich sage, das ist nicht kompliziert. Hauptsache für mich ist immer mit Bewegung zu bleiben. Step Knee, Step Knee. Und ganz weit, die Arme zieht nach hinten, wenn das Knie geht nach oben. Gut. Wir machen noch vier Stück. Vier. Drei. Zwei noch. Auf die Stelle, marschieren, marschieren. Und wenn du marschieren, gehst du sofort zu einem V-Step. Genau, V-Step, wo die Beine geht nach oben. Und die Arme nach hinten, oben, oben, tief, tief. Noch zwei. Ready? Step Knee. Let's go. Gut. Zwei noch, zwei noch. Ready? Jetzt kommt Flak, Flak. Genau, vorher. Und die ersten paar Schritte, das eine Kappe in den Taten ist aufhören. Step Knee. Gut. Zwei noch, zwei. Zin. Pfau, 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 Pfau. Wenn es gut ist, ist gut, auf die Schauspieler nach oben. Wir können messen, die Kurien ab. Zwei noch, Pfau Kini. Beide. Zwei noch Pfau, Pfau. Gut. Step Knee, Step Knee,ермach. Die erste Kappe, Pfau, Pfau, Pfau. Nicht einmal Step Knee, Und einmal nach hinten. Step Knie. Das geht so? Einmal vor. Sehr schön. Einmal nach hinten. Step Knie noch mal. 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 One more time. Wir haben dieses Teil für den Kopf. Auf die Stelle marschieren. So. Für die erste Schritte ist es 2 Schritte. Step Knie noch mal. Letztes Teil sind nur ein Marschieren-Schritte. Rechts links. Hier. Marschieren. Schatz raus. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Und dann bin ich seitens am Ende. So. Ready. 4, 4, 3, 1, oben. Für noch marschieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geht? Ich mach mir vor. Ich meine. 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 5, 7, 8. Es geht, oder? Es geht. Gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die letzte Schritte ist ein Repeater. Ich mach mit, um die Balance-Gereitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Repeater ist zu können. Marschieren jetzt. Geht es? Mach mit. 2, 3, 5, 7, 8. Die letzte Schritte ist ein Unter der Diaden. Das hier ist eine Schatz-Gereitung. Die letzte Schritte. 3, 4. 6, 7, 8. 1, 8. 1, 8. 1, 8. 3, 8. 3, 2, 4, 5, 6. 5, 6, 7. 8, 9, 9, 9, 10. 10, 10, 11. 8, 10, 11. mit links und mann. Noch vier, drei, links, flex, marschieren. Dez, dreidelbein. Und repeat, zwei, eins, step, step, es ist noch rechts. Mwah, perfekt. Noch mal gut, denn vorm ist es so. Rips, go! Sieben, mann. Machieren, links, zero. Andern noch links, noch vier, drei, zwei, hit. Sieben, mann. Step, step. Mein Brauch liegt so viel Platz für unsere Coreology-Worker. Von vorne, step, knee, step, knee, schaffst du aus. V-step, es ist noch vorne, hinten. Und jetzt kommt rechts, links, zero, fifth. Yes? Repeat it, drei, drei, drei. Marschieren, links, flex. Geht's, oder? Gut, willst du noch links, willst du noch links? Warten von vorne mit links. Das heißt, step, knee, ist jetzt sofort mit links. So, bau, step. Let's go. Step, knee. Bau, step, mit links. Yes. Links, flex. Bein offen. Sehr schön. Drei, vier. Marschieren. Das ist das. Beide zusammen, ohne aus. Das ist gut gegangen. Das ist gut gegangen. Das ist gut gegangen. Das ist gut gegangen. Nae. Das ist gut gegangen. Das ist gut gegangen. Das ist gut gegangen. Aa laega. Esklar! Esklar! Das ist gut gegangen. chir boy. Das ist gut gegangen. Sieg, schaffst du mal. Insyagär? Das ist gut gegangen. Ja, ja, ja. Das ist gut gegangen. Ich schaffst du mal. Geschen, schaffst du mal. Gasst du mal. Sieg, schaffst du mal. Fox. The Health & flex. Bis zum nächsten Mal. Ja! Weg zur Knie! Wenn wir jetzt wieder aufhören. Sehr gut. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Wir gehen jetzt! 3, 2, 1, step in touch and build. Good job! So, einfach ist es. So bauen wir alles auf. Hier, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Gib mir ein Chassé. Rats on Lips. Rhythm ist cha-cha-cha, stick, stick. Du weißt auch, wenn du halt mehr Platz hast, sodass du mir noch ein bisschen mehr von dem Aufdauer-Training-Effekt bekommen. Denn natürlich, Rats on Lips. Up to you! 1, 2, 2, 2, Step-touch, step-touch. Good. Schaffst du jetzt nicht einmal. Nächste Seite auch. Doppel-Step-Touch. Rats on Lips. Mit so fort. In einem Break-Bine. 1, 2, 1, Kennst du das? Good. So, pass auf. Entweder, this Break-Bine is direct to uns. So hier. Oder bei der Skate könntest du, dann bereit, einen Old-Treader-Club. Schieren, Old-Zielen. So hier. So hier. Auf der Skate. 4, 3. Ready? Break-1. Let's go. Bring it tail. Mach-Shit. Steer. Rise. Break-5. Not mal. We're going to move this next time. It's like option. Chasse. Break-2. We're going to slide up. Break-1, yes. Yes. Mach-Shit. 4. 4. Good. You need to calm down, and bring up the time to calm down. Chasse. Mach-Mars. Nervous. Bring back. Ready? Mach-Shit. Hold. Face up. And we're going to fight us, the next Schritt. Pass auf. The next Schritt is one Mach-Shit. It's actually the end of my head, accent. But it's like, to me, this is a rocky horse. it's here to the belt, end of my head, broke behind us, It steps very立ats, just like więcsttery eye 1imer2, that's anậm 구독ed pain, lets the entrepreneurese do loop. And my foot schieま do that, actually from the machine, pass out between four st Logic. 4, 3, 2, 跳essa. It's like this, okay. Morm→ circumference. Morgen, bolt the continue. So, accent. Wir sind jetzt am links nach vorne und noch mal hier push, push, push. Ja, klar, so geht's. Genau. Genau. Na, sieben Minuten. Ja, machen wir vier Stoffen. Vier, drei, zwei, hopp, hopp. Auf rechts. Jetzt. Wir kombinieren die beiden. Einmal rechts, einmal links. Eins, 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 vier, drei, zwei, hopp, hopp. Vier, drei, zwei, hopp, 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 hopp. Vier, drei, zwei, letztes Mal. Sehr schön. Marschieren. Okay, jetzt sind die vier Bewegungen. Aber jetzt kombinieren wir die nicht. Es kann unsere Chassé sein. Vier, vier, drei, Chassé. Jetzt kommt der Grapevine. Träger ist off-sinnahmen. Push. Ja, ja, ja. Vier, drei, zwei, hoch. Dras. Start. Ja? Wir machen uns ein bisschen Power. Das Musik hält ein bisschen. Nur vom Chassé. Noch vier, drei. Chassé. Grapevine. Mitro von der Plage. Push. Vier, 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 vier. Vier, 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 vier. Vier, 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 vier. Vier, vier, vier. Nice! I like. Beginn von dem Morgen. Alles. Alles. Love it. Lauf du da. Vier, 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 vier. 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 Vier, vier, vier. Vier, 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 vier. Vier, 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 vier. Vier, 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 vier. Vier, 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 vier. Schassé, schassé, so geht, kreppant, sehr gut. Hup, pushen, ruckabarsch. Hup, abschneid. Machin, rechts und links. Das ist gut, oder? Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Drei, go, step in. Nice. Hup, bap, bap. Rest, open. Step, step. Repeat, pass auf, das ist nicht mehr. Das ist gut. Schieß, groß. Machin, das ist nicht mehr. Obst, nach, das ist nicht mehr. Das ist noch mal, das ist nicht mehr. Man sieht sich, das ist nicht mehr. Ja. Sehr gut, was da? G, Chassé, Chassé, Übel, Ring-Bund, Ring-Bund, Yep, Rocking-Horse, Jump, It's done, Step-Touch, Step-Touch, Wuh, easy, geht, ich weiß, mein Fuß steigt, langsam, so soll es sein, dann ist es easy nach oben, wir gehen weiter, Step-Touch, viermal, vier, drei, zwei, noch mal, und wenn du machst den Step-Touch, bewege dich gleich noch vorne, zu deinem iPhone oder deinem Tab, noch mal, vier, drei, zwei, noch mal, vier, drei, geht, noch mal vier, gut, vier, 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 okay, vorne, es heißt ein Scoop, 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 Step-Touch, easy, so wie ein Eisloch, Scoop nach oben, Scoop, 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 bleib hier, bleib hier, der vorne ist viermal Scoop, das ist ein Saalsprung, dann ist ein Saalsprung, das ist ein Saalsprung, das ist ein Saalsprung, dein Hand, du kannst es halbab sein, du kannst den Lens, hier, noch vier, drei, Scoop nach vorne, Scoop, wiederabschurun, ein Saalsprung, broib hier, drab, das ist ein Saalsprung, dafür, können Sie synchron없 Mona wie descriptive, gerade Leanывает, das ist ein Saalsprung, das ist ein Saalsprung,kehr Schule auch mit Às Bil., Machen wir von Chassé. Check that. Grave your mind. Mit euren Treppen. Push. Vier, drei, zwei. Hopp, hopp. Jetzt kommt unser Scoop. Noch vorne. Skip. Massage. Noch mal Scoop vor. Perfekt. So, noch zu tief. Marschieren. Wechseln. Fast. Open. Headshot. From the top. Vier, drei. Ready? Alles. Let's go. Step three. Hit it. Hopp, hopp, hopp. Wechseln. 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 Yep. Let's go. Powerful stance. Knees up. Wechseln. 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 Shassé. Wechseln. Wechseln. Shift 4 Yeah! Noch mein Arm! Ready? Skipp 4 Skipp zurück Skipp nochmal Skipp nochmal Skipp zurück nochmal von vorne Step! Skipp! Und wenn du den Matten kommt, komm mit dir das Outdoor Good Repeater push Step 3 Good 5 Legs off Go Repeater push What do we got? Shots in like this Great line of hits Get it Ha! Push that rock and roll Yeah! Ha! Ha! Ready? 2 4 Go! Good! Take it back Noch mal 4 4 Ha! Take it back 4 Machschier Legs on the hips Ah! I like it! Ganz schlafen Ein bisschen abdudeln Beinfach bleißen Bewegung Geht's noch? Entschuldig! Um, um, um! Um, um, um! Wenn du löst Mit die Pointe schütteln Oder die Dents Tipps on the side Grecks links Genau Geht's noch Wieder bei euch Ja? So, so Das geht's mein Tipp Und wenn du gleiches mein Lunge Grecks on the legs Good Good Schlafen In der Fall Du kannst du typisch an Lunge Grecks on the side Mach deine kleine Rhythmus Endroom mit Single, Single, Double wis nicht Single, Single, Double Year Single, Single, Double Single, Double Single, Single, Double Tie zu Double That's it Vom einen 의 Singles, Single Vom einen Single, Single 하게 Weil es ist nicht, dass du es im Kopf hast, dieses Rhythms. Very good. Single, Single, Double, again. Und wieder. Und da. Marschieren, rechts und links. Okay? Wieder nach, gleich fünf. Okay, so, wir machen das noch mal, ich will, das du denkst, welches Bein geht nach außen, nach dieses Double, also noch ins Rhythms. Vier Stück. Vier Stück. Rhythms. 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 Ready? Oh, ja. First one, das. First one, das. Let's find in our Rhythms. Rhythms. Discover that. We are not the next music. Newer than Newers. Guck him up. Guck him up. Rhythms. 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 Rhy safeguarding. Rhy kimse. Rhythms. Rhy backups. Zeit für den Segel. Hier we go. Seid euch gut? Sind schon dabei, oder? Let's do this. Here we go, yes. Voll dabei! Von der Drei. Neun. Ready? Vier, drei, zwei. Fünf, fünf, fünf. Ja. Rechts, rechts. Ja. Enough more on a step here. Fünf, fünf, fünf. Ja. Ja. Repeat or push. Ja. 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 Weiter! 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 Arsch hier! Ah! Es geht! Es geht! Ja? Noch mal durch! Noch nicht! Warum nicht denn? Weil du kein Glück nimmst. Aber ich hab' es noch nicht mehr in der Hand. Deshalb ist es perfekt! Komm wir schnell marchieren! 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, GO! Wenn du das معst. 10, 10, 10, 11, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, . Zitzen Nil. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir jetzt machen, schau auf dir das! Die Boots. Die Pộtke Garnet. Die Garnet, die Garnet. Du wirst schon beim Unfall. Ja! Das ist es für mich. Ah, ah! So fast so. Let's do it! Single, single, gammal. Guys, start at the moment. Guys. You look cause you're not good. Let's do that. Let's do that. The slide up. I do it. It's a snap. Marchiere, go. Good job, baby. Geschafft! Ich weiß nicht. Es passt! Donnerstagabend. Beine Bewegung. Die werden aufgeraubt. Kommt langsam nach unten. Und wir machen die Beine nach oben. Wir können nur marschieren. Dies war euch von mir. Ich hoffe, euch gehts gut. Ich hoffe, dass euch alle gesund sind. Ich denke, wir machen hier bei uns. Bist du eigentlich gesund? Die Phrase ist sicherlich. So ein Tipp zum Nächst. Let's go! Uh! Langsam. Und so nach unten gehen. Seid eine eigene Messung von deiner Fitness-Gege. Denn du kannst deinen Boden trainieren. Wenn du jetzt Muskeln in einem Bereich von 70% 60% dein Merkst. Wie schnell kommt es nach unten? Mit deiner Gruenputz. Wenn es geht nach Sollte nach 1 bis 2 Minuten schon ziemlich feiner Gruenputz sein. Wenn es bleibt nach oben, ist es ein Zeichen, dass dein Herzmuskel ist nicht optimal von Fitness. Manchmal würden wir auch sauer Training machen. Wie man trainiert, dein Herzmuskel. Alle gewichtigsten Muskeln dein Herzmuskel 4, 3, 2, 2, in der Mitte, Squat und Squat. Egi heute Morgen hat was gesagt. Wusste ich, denn ich habe keine Zeit, bis zum Nachkuchen. Aber ich sprach für euch. Was denkst du? Wer hat mir in die Halswirbel? Wer will in die Halswirbel? Ein Mensch oder ein Gewerb? Hm. In die Halswirbelbereich werden wir Werbung? Mensch oder Gewerb? Zehnstitze, Wrecks, Wreggen. Wreggen. Es bleibt. Nicht die ganze Zeit. Okay. Und natürlich bei solchen Fragen es muss irgendwie ein Trick dabei sein. Was sagt es euch? Schreibstatt. Wir sagen es euch, und du weißt, was wir heute zu machen. Egi heute. Zwei Dinge zusammen. Nachrichten sitzen. Wer hat mir in den Bereich Halswirbelbereich? Ein Mensch oder Graf? Auf oben. Nun, wie ich habe gesagt, ich habe ihn noch nicht Back-Checks gemacht, aber ich bekomme das eigentlich nicht. Na, 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 vielleicht muss ich freuen, Back-Checks, aber ne, ich gebe euch auch ein bisschen, ich wusste das schon. Ich habe ein bisschen gemacht. Ich bin sehr links, rein und muss jetzt back. Jetzt kommt die Lösung. Die beiden haben die gleiche. Sieben Stück. Grab und Mensch. Sehr interessant. Klingt komisch. Ist aber so. Beide groß zusammen, platziert sitzen. Sehe ich ein bisschen nach oben drück. Und das gibt ein gleiches Demo für mein Vizep, right? Ah, hatte ich wieder Spaß. Das ist meine Zeit, einmal die Woche mit euch. So ungefähr. Ein bisschen was zu trainieren. Es tut nicht immer gut. Ich hoffe, das tut euch gut. Tief ein, 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 ein. Aus, aus. Noch einmal noch ein. Und raus. Pass auf. Hände, bleibe auf die Schöne. Schuppeln. Nach hinten rechts. Und links, links. Wir sind für euch da jeden Tag. Und dann haben wir fast die Tage. Guck mal eine Woche. Jetzt haben wir eine Setzmauntrunde. Eine Setzmauntrunde. Jetzt haben wir eine Setzmauntrunde. Und dann haben wir eine Zeit. Morgen im Programm steht Frau Kass. Männlein, die sehr schnell sind. Sie werden sehr besorgen. Sie werden sehr besorgen. Das ist eine neue Dreisige. Ein technisches Programm, wo man jetzt im Home Office ist. Sie kennen sich sehr, sehr gut aus. Sie lieben bei mir und sind immer einfach anbieten. Eine Herausforderung. Aber sehr, sehr gut anbieten. Die Neu-de-dreisige Freitag-Warnung. Samstad ist noch eine Trainer. Sie ist fast von Anfang an dabei. Bei mir ist da mit extrem stolz drauf. Mario macht eine Piratis. Samstag um 10 Uhr. Mach mit. Mario perfekt. Super. Nächste Woche. Die Plan ist schon dritt morgen. Für die größte nächste Woche. Ich weiß jetzt viel von euch. Es macht Choreography. Anastasia ist wieder dabei. Mittwoch abends. Kannst du es checken. Am Montag. Ich bin natürlich Donnerstag. Ich weiß nicht alles. Aber ein sehr, sehr viel ausweichende Checknamen an euch. Wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe bald wieder live. Im Studio. Und wenn nicht. Ich hoffe, dass du mal zufrieden. Der war bei uns. 4 Pages. Virtual wird. Ich sage mir immer. Wichtig, wichtig, wichtig. Bewegung ist Leben. Bis bald. Ciao. Gjut! Dä��. Dä務. Untertitelung des ZDF, 2020